ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate aktienanleger zögern in dieser woche während der euro dollar der bitcoin und auch der goldpreis weiter anziehen das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber zum s&p 500 und wir sind im wochenchart der index hat seine vierwöchige rallye unterbrochen es gab einen fehlausbruch auf der oberseite am hoch der vorwoche vielleicht gibt es aber noch mal einen zweiten versuch und der markt hat aber seinen rückgang kurz vor dem tief der vorwoche gestoppt wir haben also hier eine kurzfristige seitwärtsphase um den mittelfristigen aufwärtstrend der seit oktober intakt ist zu bestätigen muss das jahreshoch bei 4.208 punkt geknackt werden während der langfristige abwärtstrend beendet wird wenn das augusthoch bei 4.327 punkten ausgenommen wird unterhalb des tiefs der vorwoche könnte eine stärkere gegenbewegung eingeleitet werden auch beim deutschen leitindex geht es nicht wirklich weiter es gab zwar ein neues jahreshoch aber diese niveaus konnten nicht nachhaltig gehalten werden und der markt ist hier eben kurzfristig zurückgeworfen worden an der langfristigen struktur ändert das allerdings nicht allerdings haben wir eben hier einen bereits ausgedehnten aufwärtsimpuls euro dollar testet in dieser woche die 1 10er marke das dürfte keine überraschung sein weil wir einen intakten aufwärtstrend haben um den trend zu bestätigen muss aber dann die 1 10 33 marke geknackt werden danach könnte es in richtung 1 11 85 gehen gold sieht auch an hat aber kurz vor dem hoch der vorwoche wieder etwas gedreht aktuell ist ein niveau von 2020 dollar zu beobachten und wichtig wäre vor allem ein schlusskurs oberhalb von 2010 dollar da gab es ein fehlausbruch in der vorwoche und ein schlusskurs darüber würde eben dann den aufwärtstrend bestätigen der schlusskurs am freitag ist also hier ganz entscheidend abschließend noch der bitcoin hier wird die 30.000 dollar marke geknackt zum ersten mal seit über zehn monaten und der ausbruch über die kurzfristigen hochs der hat aufwärtspotenzial aufwärtspotenzial freigesetzt und zwar in richtung 32.340 dollar und danach könnte der markt sogar in richtung 48.000 dollar steigen und das ist eben hier die kurzfristige struktur auch hier wichtig dass die gewinne von dieser woche gehalten oder idealerweise auch noch mal ausgebaut werden das war's für heute lasst gerne einen daumen da viel erfolg für heute mehr details gibt es dann auch übrigens in meinem video von heute morgen link finden sie wie immer unten in der beschreibung bis zum nächsten mal